und wie gesagt die map rotation haben sie glaube ich ein bisschen angepasst ich bekommen so wie früher fast immer nur die gleichen maps also ich so du bist am boden ja boden wo ich erst mal oben unten oben ich bin schon seit wochen keinem wasser mehr gefahren ich musste vergessen ich wusste ich bin auch ziemlich leise so ein bisschen lauter gemacht grafisch am boden sieht alles etwas saftiger aus etwas voll so jetzt mit mir ja 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 ich würde mir gerne erst mal selber bild machen irgendwie auch leute ins team schreiben ja ja kann ich mir das erstmal angucken ist ja schön dass ihr alle direkt alles loswerden wollen ein kinder von früher wenn die kinder bekommen und jetzt war ganz vielen eltern erzählen ja den europäischen lolly weggenommen hat aber ich gucke es mir erst mal an und dann das sieht nett aus ja bisher aber und rieter nicht aus dem spiel war war ja noch nie ja wenn du bei mir 60 fps siehst an der seite das liegt nicht daran dass ich irgendwie grafik runtergeschraubt hätte oder die grafik hat und nicht mehr kann sondern dass ich mit absicht auch 60 fps für streamen begrenze damit ob es weniger arbeiter frucht dir einen schönen abend wünsche ich dir wenn du für das stückliche stück hier kontakt ich habe auch getroffen Gekettet Du willst, ich schieß mit Heat Na endlich Das Feuer sieht ziemlich cool aus Fruchtig wie viel geht hier der Petsch Wir hatten ein paar Ounce, 200 auf Ping Und dann wenn du die Pläne startest, dann blip Banned off Ich habe auch irgendeine Ich wollte nicht mehr sagen Ich gucke, ich kann mal gleich drüber reden Ja Pass auf vor dir Ich sehe da, warte, warte, warte Hast du ihn? Nee, das ist was anderes, was da fährt Das sind da am russischen Ah, ich sehe es ja Gleiskette Warte Ist ein Kongo? Nein, das ist um den Hat den ganzen Turm rausgenommen Ich sehe nichts mehr Na 100 raus Ähm, im Hinterdisch Ja, ist gerade schlecht Oh fuck Ich habe wieder zu niedrig Man bleibt, stirbt doch jetzt Oh Was ist das andere denn da? Ja, hinter dir ist ein T34 Äh, hinter dir? Äh, am Strand, aber Der Turm ist raus, vergiss es Au, warte, was Oh shit, was ist das denn da? Da daneben ist noch ein T34 Noch einer? Äh Nein, ein KV-1 Dahinter? Ähm Dichtung Strand Von dir aus gesehen Oh, ist eine Bombe runtergekommen? Ja, die Bombe ist hinter ihm explodiert Genau hinter ihm Ich habe den KV-1 Ich denke, ich habe es unter Kontrolle hier Ich bin Twitch-Holper, oder? Uh Verbrannt Die Panzer sehen jetzt deutlich besser aus Die bleiben übrigens auch stirbt Ja Oh shit, das war in Valentine Äh Häh, scheiße Ooooo, war für Kills Es läuft wieder neu Läuft Gut, man geben mir eine Stuk Sagen wir wo, wohin fahren wollen Dann läuft das ein bisschen aufpassen ich habe auch schon beim frack angeschossen ja ja das ist halt eben so ein gehirn gerade um trainieren das sieht cool aus aber es ist erstmal dauert ein bisschen das haus ab eigentlich gut weil die waren ja wirklich ultra hässlich das sieht schon deutlich verbrannter aus jetzt schön gemacht aber die vegetation ist deutlich dichter hier vorher aber du dreck so das ist sehr unschön ich sehe halt mal gar nichts oh shit oh kacke ich bin gleich wieder auf dem bunkelhügel ne nix das ist ungünstig sieht der mich überhaupt ich bin hier ich glaube der ding ich bin platt hat er gerade mit dem gee gebraucht jetzt halt hinter dir scheiße ich habe bidirektional probleme die erste lute kann ich ja nichts gegen machen ich kann nur versuchen den wo bin ich jetzt am strand scheiße naja ich hab ne kv1 von mir noch weg gemacht das war es dann auch also hier ist noch ne es und am strand ist ein m4 da kann ich ja nichts gegen machen ne bouncing on tracks i'm 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 tracks i hit perfect today wir kommen jetzt bringt es zu ende dauerte jahre ich stand aber auch zu offensichtlich abgeschossen das war wieder blöd von mir gefahren wo steht jetzt so ja da wo der bunker ist ungefähr da muss ich dir widersprechen fruchte ich auch grundsätzlich also er meinte dass dadurch durch flieger schwere ist lebende panzer zu entdecken aus der luft im allgemeinen finde ich nach diesen grafik patch ich sehe panzer aus luft als ich davor getan habe sie heben sich viel viel deutlicher vom boden und frax eben nicht ich kann auch nicht beurteilen das ja das dauert bis man sich umtrainiert habe ich aber auch erwartet dass jedes mal so scheiße und schwede ich bin dann sein abgeprallt und dann in den turm rein das ist natürlich auch das heiligst fläche machen wir Du bist älter als ich Fruchtier? Ich sehe, weil ich mit dem Bart auszusehen abrasiert habe, halt jünger aus. Ja, ich habe mit dem Bart auszusehen abrasiert. Okay, du gewinnen. Frucht, ich meinte gerade, er sei älter als ich, deswegen würde ihm das schwere Fall die Panse zu... Da war ein M4. Wo? Auf meinem Mark. VB? Ja, VB. VB steht auch einer drauf? Ja, da brennt was. Ah, ich sehe ihn, ja. MG Feuer bei 115. Ja, hinter B steht einer. Die Bumpe-Explosion. Ja, sieht schon ganz gut aus. Langs Zahn stehen auch irgendwie Sachen, aber ich kann sehen, ob das ein Truck ist oder... Ich freue mich ja, dass die Parks so cool aussehen, aber... Das ist ein Schweden-Truck, oder? Oh, shit. Ah, kacke. Das ist ein ungewollter Hammerhead, was ich hier fliege. Na komm, fang ich wieder ab. Ah, zu hoch scheiße. Wo steht der noch? Bei B? Äh, nee, das ist ein Crusader, der... Lebt nicht mehr. Ich hab ihn erwischt, ne? Ja. Ich hab ihn erwischt. Okay, let's take you right, it's my best tank. Steht irgendein? Also, kommt nebenbei an. Hier ist es nicht. Irgendwer baut auf. Ja, ich fand die Flugzeugs hier. Taifun. Oder? Ja. Ich weiß, die Bombe raus und geh hier hinten ran. Oh, schön. Schaut uns an, wie sie brennt. Ja, das sieht cool aus. Uh, die zerfällt ja richtig. Ja. Sehr schick aus. No, fuck. Ähm, Mist, 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 Mist. Ich bin dumm gefahren. Ich bin dumm gefahren. Ah. Ich hab meine Bombe weggeworfen. Wiredy. Ähm. Richtung Bunker, wo normalerweise der B-Punkt am Strand ist. Irgendwo im Dschungel. Ich hab meine Bombe weggelebt in der B-Punkt am Strand. Ich hab meine Bombe weggelebt in der B-Punkt. Ich hab meine Bombe weggelebt in der B-Punkt am Strand. Ja, der Feind, die Punkt nicht an uns war, zu jung. Ja, wir wollen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020